Das Dorf Kibia im Westjordanland. Hier ist 1953 das israelische Militär einmarschiert. Der Angriff ging als das Massaker von Kibia in die Geschichte ein. Unter dem Kommando von Ariel Sharon wurden über 40 Häuser zerstört. Hamid Githian war vier Jahre alt, als der Angriff passierte. Im Dorf geht man davon aus, dass damals 77 Menschen starben. Wenn ich an Sharon denke, denke ich an die 77 Märtyrer aus meinem Dorf, die für die unendliche Brutalität stehen, die es braucht, um Unschuldige zu töten, darunter auch Frauen, Alte und Kinder. Der Angriff war ein Racheakt für palästinensischen Terror. Diese Gedenktafel erinnert an das Massaker. Für Hamid Githian war Sharon ein Verbrecher. Man soll sich nicht über den Tod von jemandem freuen, aber das ist das unausweichliche Ende für jeden Tyrannen. Das Massaker von Kibia. Ein Vergeltungsangriff, der auch nach 60 Jahren noch Spuren hinterlässt.